Hola, hier ist Angie, ich bin Fuerteventura im Pavillon und jetzt mache ich die Choreo, die ich eben noch gerade gemacht habe mit Teilnehmern und ich lege einfach mal los, Musik geht an. Wir freuen uns auf schöne alte 90er Musik. Komm einfach mit, starting with warm up, yes! Doppelte Schulterheute, wir tippen, side to side, side to side, 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 jawohl, 4, 3, 2, Schultern, rück, Schultern warm machen, weich machen, noch 4, 3, 2, Elbe vor Ort, jawohl, nochmal, nochmal, Das kennst du, schau mal, Arme, lach, lach, die klassischen Übungen, kennst du alle, jawohl, noch 4, 3, 2, Arme hoch, reach, ja, supi, komm mal, noch 4, 3 noch, 2 noch, Arme drücken in die Mitte, weg, 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 und bis immer noch, Fußspitzen tippen auf, jawohl, 4, 3, 2, wir gehen etwas tiefer, side, side, Fußspitzen tippen, super, 4 noch, 3 noch, 2 noch, Achtung, Füße stehen lassen, Kniegelenke, nimm die Arme, lach, lach, Richtung, Knie, lach, 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 4, 3, Achtung, Ellbogen, Ellbogen, Ich bin sicher, du kennst diese Übung, yes, Aerobics, Old School, nochmal, 4, 3, 2, 1, Arme, wir gehen noch tiefer, yes, mach es aber so, wie du kannst, Jetzt kommt ein Arm, satt, satt, stütz dich ab, Achtung, Schultern dazu, Schultern, nach vorne ziehen, super, noch 4, 3, 2, Achtung, guck meine Hände, meine Arme, in die Mitte, Pushdown, 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 yes, 4, 3, 2, wenn du kannst, touch the floor, drüber den Boden, touch, touch, jawohl, 4, 3, 2, 1, Jetzt gehen wir wieder höher, Richtung Knie, wir sind wieder oben, noch 4, 3, 2, 1, Arme, löst wieder die Füße, jawohl, nochmal, 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 noch 4, 3, noch, 2, Achtung, step touch, step, step, side step, Jawohl, noch 4, 3, noch, 2, Achtung, fersen, 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 setz die fersen auf, jawohl, jetzt bring mal hoch, runter, take a seat please, Come over the world, come over the world, jawohl, wir sind immer noch warmer, Fußgelenke, alle Gelenke, alle Gelenke, Bewegungsdrecken, Kniegelenke, ja, Kann man stundenlang, oder? Nein, natürlich nicht, noch 4, 3, 2, 1 und gehen, so, einmal Luft holen, einatmen, Ausatmen, ein, aus, ein, aus, Beine öffnen, und schwing durch, einatmen, aus, Wiederholung, okay, wenn du willst, machst du jetzt, kleinen Jump, einatmen, Mini Jump, ja, wenn du kannst, sonst einfach nur, Beine schwingen, gleich geschafft, kommt die letzte, 4, 3 noch, 2 noch, Gib mir die letzte, supi, marschieren, den ersten Teil hast du geschafft, verpasse auf, wir haben 4er Rhythmus, 1, 2, 3, tip, 1, 2, 3, tip, tip, noch mal, ha, tip, march, so, pass auf, jeder vorne, 1, 2, 3, tip, und wieder zurück, komm mit, 1, 2, 3, tip, tip, ja oder ja, 1, 2, 3, tip, tip, so, das ist der Basis, der Basisschritt, Basis, Basisrhythmus, so, pass auf, jetzt kommt die Knie, Nier, Nier, Läkke, Nier, Läkke, Nier, Jabbadea, Jipp, Jöp, Maschieren, so, jetzt können wir die Arme ein bisschen besser koordinieren, Nehmen wir uns mal vor den Rück. Und dann hoch. Und wir probieren. Dasselbe nochmal. Noch vier. Drei. Zwei. Noch vorn. Eins. Zwei. Drei. Knie. Eins. Zwei. Drei. Lecker. Das sieht besser aus, oder? Lecker. Der vierte geht hoch. Letzte. Marschieren. So, Achtung. Wir drehen. Wir gehen in die Diagonale. Viermal dasselbe. Ja? Lass dich. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Noch ein. Marschieren. Wir setzen zusammen. Nach vorne. Zurück. Dann hast du einen Turn in diese Richtung. Wir probieren. Ready? Vier. Drei. Zwei. Here we go. Eins. Zwei. Drei. Knie hoch. Achtung. Wir drehen. Knee lift. Noch mal. Vorne. Und zurück. Achtung. Jetzt. Letzte Marschieren. Halt. Hat ganz gut geklappt, ne? So. Und schön Übergang. Einmal geht's raus. Das heißt einfach mal out in. Ja? Nach außen und innen. Guck mal. Außen. Innen. Außen. Innen. Eins. Zwei. Drei. Vier. So ist der Rhythmus. Jawohl. Letzte. Und gerät. Packen zusammen. Vorne und zurück. Diagonal und zurück. Klang vier. Rechts raus. Wir probieren. Vier. Drei. Zwei. Nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Knie. Rüber. Knie. Achtung. Jetzt. Außen. Außen. Zwei noch. Machen wir gleich nochmal. Rechts hoch. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Eins. Zwei. Drei. Knie. Achtung. Lecker. Raus. Du musst das Bein so fortsetzen. Letzte Mal. Juhu. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Ha. Jetzt. Raus. Raus und rein. Zwei noch. Marsch hier rechts. Top. Gute Nachricht. Eine Seite hast du schon. So, wir gehen jetzt auf die linke Beine. Freude. Achtung. Bisschen Jack. Schließ die Beine. Easy. Aber den Springseff. Easy Springseff. Noch vier. Drei. Zwei. Links. So, wir gehen von vorne. Wir machen nur den ersten Teil. Linker Bein. Vorne. Und zurück. Mit Knie. Lecker. Ready. Go. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Bleib hier. Wir haben vier Mal. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Der letzte. Lecker. Ja oder ja. Ich hoffe ja. So, rechts hat man hier. Ne? Musst du also. Jetzt musst du da lang. Wir drehen mal. Linker Bein beginnt. Für manche ungewöhnlich. Wir starten. Eins. Zwei. Drei. Knie. Vier Mal. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Marschieren. Du weißt, was kommt. Vorne einmal. Hin und rück. Linke Seite hin und rück. Nur das. Linke Bein. Vier. Drei. Zwei. Here we go. Eins. Zwei. Drei. Knie. Rüber. Achtung. Achtung. Nochmal. Vorder. Knee up. Lecker. Kommt nochmal. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Yes. Let's go. Ha. Lecker. Marschieren links. Links. Du weißt, was kommt. Außen. Innen. So. Links raus. Ja. Erinnerst du dich? Ich hoffe. Bereit? Komm stärker. Eins. Zwei. Drei. Vier. Yes. Nochmal. Nochmal. Sicher. Marschieren. Marschieren. Links. Packen zusammen. Links. Einmal vor und rück. Hier rüber. Wieder zurück. Links raus. Vier. Vier. Drei. Zwei. Das geht's. Komm. Yep. Hier lang. Wupp. Und. Oh mein Gott. Yes. Noch zwei. Alles weit vorne. Wuhu. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Yep. Und raus. Au. So. Noch eine Runde, ne? Warte ab. Yes. Hu. Jump. Hu. Komm raus, Baby. Au. Nochmal. Nochmal. So, Leute. Die letzte Runde. Ah. Hu. Yes. Hu. Komm raus. Zwei. Drei. Marschiere. Rechts. So. Wir haben's. Rechts und links. Und jetzt kommt das, was kommen muss. Zusammen. Einmal rechts durch. Einmal links. Recht über ein. Beginn. Come on. Hu. Hier lang. Achtung. Wir gehen raus. Eins. Zwei. Drei. Linken. Bein. Wupp. Hier lang. Achtung. Das Bein. Los. Aus. So. Wir müssen mal von vorne. Lech. Geh. Links. Ha. Lecker. Die Rates. Aha. One. Two. Drück. Letztes Mal links. Come on. Luft holen. Ich mach mich auf. Links raus. Von den letzten zwei. Machst du rechts. Ich fand's cool. Hast du gut gemacht. Yes. Neuer Schritt. Mambo. Ich zeig dir mal seitlich. Du zählst vorne. Hinten. Vorne. Hinten. Don't give up. Don't give up. Nicht aufgeben. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und waschen rechts. Faust. Wieder Buchstaben. V. Guck mal ganz kurz. Vor. Vor. Hinten. Rein. Wieder das V. Hast du vorne die Öffnung. Hinten die Spitze. Vor. Vor. Hinten. Ran. Noch einer. Tempo mit mir. Vor. Vor. Vorne, vorne. Hinten rein. Du musst sehen, dass du hinten die Beine schließt. Das ist wichtig. Ja, Beine schließen. Jetzt muss man die Arme gucken. Die Arme. Seit, seit, tief, tief. Oder oben, oben, unten, unten. Probier mal. Yes. Noch einer. Letzte. Marschieren links. Äh, Entschuldigung. Rechts. Oh, echt? Rechte Beine führen. Packen wir zusammen. Ein Mambo. Ein Faust. Wiederholen wir. Okay? Vier, drei, zwei. Mambo zerrt. Mambo. Faust. Nochmal. Mambo. Faust. Marschieren. Wie war's? Schön. So, noch einmal. Rechts. Zwei wiederholen. Okay? Vier, drei, zwei. Mambo. Faust. Um, um, unten, unten. Mambo. Marschieren. Links. So, wir haben Beine wechseln. Linke Beine. Mambo-Schritt. Und nur Mambo. Links. Links. Komm, genieß mal die Musik dazu. Ach, ist schön, ne? Finde ich auch. Yes. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte. Marschieren links. Faust. Linke Beine. Machen wir gleich schnelles Tempo. Links, rechts, Arme. Los geht's. Links, rechts, links, rechts. Mach nur V. Nur V-Step. Wie ist das? Also, ich krieg gute Augen dabei. Letzte Marschieren. Pack mal wieder zusammen. Ein Mambo. Ein V. Ein Mambo. Ein V. Links, Hür. Bereit? Mambo. Faust. Faust. Nochmal. Marschieren rechts. Dring mal zusammen. Rechte Seite, dring die Seite. Rechts, Mambo. Mambo. Faust. Zweimal. Mambo. Schließ die Beine jetzt. Links. Und. Wir wiederholen. Schließen. Schließen. Rechts. Nochmal. Mambo. Schließen links. Das und Bein wechseln. Einer noch. Mascheln rechts. Wuhu. I feel strong. Ich hoffe, du auch. Schaffen wir noch den ersten Teil? Ich weiß es nicht, ne? So, rechte Beine vor und rück. Mit Knie lecker. Rüber. Außen. Dann alles links rüber bringen. Mit vier außen. Und dann kommt schon Mambo vor. Wir genießen, ne? Here we go. Oh. Eins. Zwei. Drei. Knie. Lecker. Knie. Außen. In G. Außen. Schließen Beine links. Hopp. Jipp. Jipp. Raus. Marschieren. Wuhu. So, den letzten Teil müssen wir nochmal machen, ja? Okay. So, wir gehen zurück, rechte Beine. Fertig. Wir gehen vor. Nia. Yes. Nia. Wir gehen hier raus. Raus. Das war der erste. Zwei. Drei. Vier. Linkseite. Jipp. Lecker. In G. Wo bist du? Hup. Cut. Cut, cut, cut. Rechte Beine. Knee raised. Yes. Nia. Raus. So, jetzt erst. Wechsel das Bein. Come on. Wupp. Yes. Wir gehen raus. Mupple. Pau. Nochmal. Links. Marschieren. Yes. So, take a break. Trink was. Wir sehen uns gleich wieder. 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 Vielen Dank.